Arthur Schopenhauer Wisse, was für dein Glück das Wesentlichste ist und erkenne, was dein Beruf, deine Rolle und dein Verhältnis zur Welt ist. Nummer 4 Wie der Arbeiter, welcher ein Gebäude aufführen hilft, den Plan des Ganzen entweder nicht kennt oder doch nicht immer gegenwärtig hat, so verhält der Mensch, indem er die einzelnen Tage und Stunden seines Lebens abspinnt, sich zum Ganzen seines Lebenslaufes und des Charakters desselben. Je würdiger, bedeutender, planvoller und individueller dieser ist, desto mehr ist es nötig und wohltätig, dass der verkleinerte Grundriss desselben, der Plan ihm bisweilen vor die Augen komme. Freilich gehört auch dazu, dass er einen kleinen Anfang in dem »Erkenne dich selbst« gemacht habe, also wisse, was er eigentlich hauptsächlich und vor allem anderen will, was also für sein Glück das Wesentlichste ist. So dann, was die zweite und dritte Stelle nach diesem einnimmt. Wie auch, dass er erkenne, welches im Ganzen sein Beruf, seine Rolle und sein Verhältnis zur Welt sei. Ist nun dieses bedeutender und grandioser Art, so wird der Anblick des Planes seines Lebens im verjüngten Maßstabe ihn mehr als irgendetwas stärken, aufrichten, erheben, zur Tätigkeit ermuntern und von Abwegen zurückhalten. Noch mehr Philosophie zum Hören findest du hier auf meinem Kanal und auf meiner Website sprecher-volkerbraumann.de Hör einfach mal rein, denn wie sagt Horat so schön? Einmal begonnen ist halb schon getan. Entschließ dich zur Einsicht. Fange nur an. www.他们-albertbeamer.de Vielen Dank.